Für das Brauhaus ist die Bierprobe, die Ira Beckmann organisiert, ein Anlass, den Stadtrat, Vereinsvertreter und Honorationen aus Jever und der Nachbarschaft zum zünftigen Umtrunk einzuladen und mit Rührei, Krabben und Bratkartoffeln zu bewirten. Das Brauerjahr mit Beginn am 1. Oktober hat seinen Ursprung aus der Zeit, als es noch keine künstliche Kühlung gab. Da durfte Bier nur in der kalten Jahreszeit von Michieli, dem 29. September, bis Georgi, den 23. April gebraut werden. So begann das Wirtschaftsjahr der Brauer Anfang Oktober mit der Lieferung des frisch geernteten Hopfens und Braugetreides. Und es endete, wenn am 30. September das letzte Fass des stärker eingebrauten und damit länger haltbaren Biers aus den tiefen Brauerei-Kellern gerollt wurde. Damit das Brauerjahr in der Bierstadt Jever gesittet abläuft, wird bei der Bierprobe jährlich ein Rumormeister ernannt. Tom Nittiet bezeichnete seine Wahl als Höhepunkt in seinem Leben, der nur wenigen vergönnt ist. Er erinnerte daran, dass die St. Johannibrauerei zu Akkum ab dem 6. März 1874 Willemshaven mit wunderbarem Bier versorgte.